Warum wir immer über Zuwanderung und Migration reden? Mal ein paar Zahlen, nur für Bayern, also Bundesland Bayern, hat die letzten Jahre, wir müssen jetzt schnell nachschauen, 2014 276.000, 2015 350.000, 2016 316.000, 2017 282.000, das Niedrigste war 2020 mit 208.000, 2021 haben wir 236.000 und jetzt 2022 werden wir das Jahr 2015 schlagen. Nur in Bayern, jedes Jahr zwischen 200.000 und 400.000 Migranten, das ist jedes Jahr eine Großstadt. Das können wir nicht verkraften. Ich wünsche Ihnen, Servus, Pfiat, ich habe die Rede, euer Stefan. Vielen Dank.